Ja, guten Tag. Also mein Name ist Mario Kunert. Ich bin Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgie in Birkenwerda. Meine Klinik deckt das gesamte Spektrum der Gefäßchirurgie ab. Sowohl die Karotiden als auch die Aortenanderysmen werden zahlreich versorgt. Die Aortenanderysmen endovaskulär als auch offenschirurgisch. Des Weiteren ist eine Besonderheit in unserer Abteilung, dass wir sämtliche Katheterverfahren aus eigener Hand leisten. Hochspezialisiert sind wir in Fragen der peripheren Bypasschirurgie, wo es uns mit unserem Herangehen gelingt, sehr viele Amputationen zu vermeiden, auch bei Patienten, denen man bereits eine Amputation empfohlen hat.